Ich sitze hier und habe Ähnliches zu kommentieren wie auch schon in den vergangenen Wochen. Wir brauchen zu lange, um den Respekt abzulegen. Heute gegen Cottbus, ich denke 20, 25 Minuten, um ins Spiel reinzufinden, um uns zu stellen, um in der Ordnung zu sein, so wie wir es haben wollen. Danach sehe ich viele Standardsituationen, die leider von uns ungenutzt bleiben. Eine Cottbus-Mannschaft, die immer gut nach vorne spielt, die Bälle von Fuß zu Fuß spielt. Das hat sich geändert in der zweiten Halbzeit. Wir sind mutiger geworden, haben unsere Chancen rausgespielt. Zum Ende hin sicherlich Hochkaräter. Das ist eigentlich so ein Spielverlauf, der ein 1-1 hervorbringen muss. In der letzten oder vorletzten Minute einen Elfmeter zu halten, danach noch eine riesige Chance zu haben. Dafür leben wir, dafür sind wir auf dem Platz, dafür trainieren wir jedes Mal. In Cottbus so eine Sache zu erleben wäre riesig gewesen. Leider ist es uns nicht vergönnt gewesen, das zu erleben. Deswegen stehen wir mutige Punkten da, müssen wieder Lernen draus ziehen, müssen wieder uns anhören, dass es schade war, dass wir gut waren. Auch das nervt gewaltig. Das ist ein Spielverlauf, das ist ein Spielverlauf, das ist ein Spielverlauf. Das ist ein Spielverlauf, das ist ein Spielverlauf, das ist ein Spielverlauf.